Eine regelmäßige professionelle Kontrolle und Zahnreinigung ist heute unumgänglich und dient der Vorbeugung von Zahn- und Zahnfleischproblemen. Darum lohnt sich ein Besuch bei der professionellen Dentalhygienikerin. In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Zürich-Oerlikon befindet sich die Praxis Dental Zone von Ines Lorenzo. Seit neun Jahren ist die diplomierte Dentalhygienikerin hier tätig. Die individuelle Betreuung und Beratung steht im Mittelpunkt jeder Behandlung. Dabei werden folgende Leistungen bei Dental Zone angeboten. Professionelle und schonungsvolle Entfernung von Zahnbelegen, Verfärbungen und Zahnstein. Anleitungen zur perfekten Zahn- und Mundpflege. Kariesprophylaxe bzw. Fluoridierung der Zähne mit Lack oder Joulet. Behandlung und Beratung bei Mundgeruch. Dental Zone bietet zwei verschiedene Bleaching-Methoden an. Erstens das Powerbleaching, das wir in unserer Praxis durchführen. Zweitens ist das Homebleaching, das Sie bequem zu Hause machen. Über einen Abdruck, der bei uns erfolgt, wird vom Zahntechniker ein Gipsmodell hergestellt. Dieses dient als Vorlage für die Zahnschienen. Zu Hause geben Sie ein mildes Schäl in die Schiene und tragen diese täglich für einige Stunden, am besten über Nacht. Nach sechs bis acht Tagen ist der gewünschte Bleicheffekt erreicht. Ein strahlendes Lächeln und gesunde weiße Zähne sagen mehr als tausend Worte. Überzeugen Sie sich selbst und kommen auch Sie in die Praxis Dental Zone von Ines Lorenzo.